Bitte singt's mit mir. Was ein Dienstmann alles macht, muss es schwer. Trotzdem sagt er ihm immer freundlich, bitte sehr. Mit dem Koffer auf den Rücken, einmal runter, einmal rauf. So ein Koffer, der kaum drückt, speziell im Dauerlauf. Ja, ein Dienstmann muss oft sein, ein Diplomat. Denn so mancher Auftrag ist sehr delikat. Was es da so alles gibt, ist doch kein Spaß. Doch da ist alles das schwerste Mal immer. Ho, bis vor dem Dachs. Hallo Dienstmann, hallo Dienstmann, nehmen Sie hier diese Dahlje. Hallo Dienstmann, hallo Dienstmann, gehen Sie damit zur Amalje. Hallo Dienstmann, hallo Dienstmann, aber wird man Sie dort raus. Tragen Sie hundertmal die Dahlje zur Amalje ins Haus. Bis man Ihnen dort eintrinken geht und am Amalje ewig liebt. Was man sonst von einem Dienstmann noch verlangt macht. Und wofür sich noch höflich bedanken. Springen Sie für mich ins Wasser, ziehen Sie meinen Hut heraus. Und dann tragen Sie alles ein Nasser, ein Glavier noch in mein Haus. Sagen Sie meiner Frau, ich komm erst morgen früh. Gehen Sie heut für mich zur neunten Symphonie. Sie, Herr Dienstmann, ich bin heut schon etwas müde. Singen Sie, Herr Dienstmann, hallo Dienstmann, nehmen Sie hier diese Dahlje. Hallo Dienstmann, hallo Dienstmann, gehen Sie damit zur Amalje. Hallo Dienstmann, hallo Dienstmann, aber wird man Sie dort raus. Tragen Sie hundertmal die Dahlje zur Amalje ins Haus. Bis man Ihnen dort eintrinken geht und am Amalje ewig liebt. Dankeschön.